Ja hallo und herzlich willkommen meine Lieben, ich bin Salim Hof Therapy und neben mir sitzt der Louis. Wie schon im letzten Jahr. Video, genau. Ja, was würde ich eigentlich sagen? Wir sind gerade eben aufgestanden, frische Dusch, frisch gefrühstückt. Ja genau, frisch gefrühstückt und wir gehen jetzt mal einkaufen und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Von daher würde ich sagen, bis gleich. So meine Lieben, wir sind jetzt hier bei so einer kleinen Einkaufstour und können ja mal ganz kurz so drehen. Wir sind nämlich gerade eben bei Aldi. Wir waren gerade eben auch schon bei Metro und Metro ist hier der Großmarkt. Genau. Louis hat da so eine Karte für, deswegen ist das halt cool. Und von daher, wir sehen uns. Mal schauen. Ja, meine Lieben, ich habe mich an den Schritt gezogen. Der Louis ist jetzt auch nicht mehr so da. Also er ist jetzt zu Hause. Ich bin jetzt hier in Hamburg auf Rekonditionen, nämlich von Lindsay Stirling. Und da werde ich euch so ein bisschen was zeigen. Unter mir ist die Bühne und ich schwenke hier mal so rum. Wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde, fast 20 Minuten Zeit. Und ja, ich hoffe, es fühlt sich noch ein bisschen. Wir haben jetzt noch ein bisschen viel Zeit. So, und da bin ich auch schon wieder zurück, meine Lieben. Ich war auf dem Konzert, ich blende euch davon ein paar Sachen ein. Wie gesagt, der Louis war nicht dabei, aber jetzt bin ich wieder bei Louis. Zurück und wir wollten euch jetzt einfach nochmal Tschüss sagen. Wir haben es jetzt gar nicht mehr Samstag, sondern Sonntag um 1.43 Uhr. So früh schon. Haben auch schon wieder ein bisschen Spaß gehabt. Aber egal. Ja. Und von daher würde ich sagen, Happy Happy Birthday. Ich stelle jetzt noch das Video. Louis kann dann wahrscheinlich pennen gehen. Nee. Oder wird dann wahrscheinlich pennen gehen. Ja, das ist schon eher Happy Happy Birthday auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal. Ja, Happy Happy Birthday an eine ganz bestimmte Version. Ich hoffe mal, die guckt das jetzt auch. Ja, ich schicke dir den Link. Nee, du schickst dir den Link. Gut. Und von daher würde ich sagen, Tschüssikowski und haut rein. Jo. Gebt ein Kommentar, lasst ein Abo da. Ich bin auch schon total verwirrt. Ich auch. Ist einfach schon mega haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.